Ich stand nach Rupport, Hecke-Metalist, steht mir auf Kriegs-Groben-Pornos. Wir haben Kriegs-Porno gedreht. Die letzte D4-Led-Avon haben wir gestern verkauft, also... Vielleicht macht er bald wieder neue, haben wir ja nicht gewusst gekauft. Dann schauen wir mal auf dem YouTube-Kanal vorbei, aber hier kommt erst mal der Song. Hier kommt A HOLE IN THE SUN! Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020